tut sich da was oder tut sich da nichts das ist die frage ich hatte gestern angekündigt naja es ist zwischen den jahren viel wird nicht passieren das heißt aber nicht dass zwischendurch nicht mal heftige und schnelle bewegungen stattfinden können die hatten wir heute zum beispiel in den ganz ganz frühen morgenstunden wenn wir uns das hier angucken naja 6 uhr 20 da war der kurs noch bei 16.980 und dann hat er gesagt wo kommen da kommen 100 punkte tiefer also bewegung kann der markt durchaus allerdings darf man eines nicht vergessen punkt eins das ist der fokus im fünf minuten chart wenn wir das ganze uns im tageschart angucken beim daxern stellen wir fest naja gut also die marktteilnehmer haben gesagt wir machen mal päuschen da geht es einfach mal nach rechts richtig viel passiert ist da was das angeht nicht ein zweiter hinweis dazu natürlich sind viele institutionelle händler weg und wenn die wiederkommen dann ist die frage wie sie auf das was jetzt im moment passiert reagieren solange der markt seitwärts geht naja verpassen sie nicht viel die frage ist nehmen wir mal an wir nehmen jetzt tatsächlich die eine oder die andere richtung auf dann ist dann tatsächlich die frage was die marktteilnehmer dann daraus machen also die die große marktteilnehmer zahl und vor allem die gewichtigen marktteilnehmer wenn sie wieder zurückkehren an den markt ob sie dann diesen braten ja mit aufnehmen wollte ich schon gerade sagen ob sie dann da drauf springen oder ob sie sagen nee also das sehen wir dann doch noch mal ganz anders das ist tatsächlich was abzuwarten ist trotz alledem für die intraday freunde gibt es natürlich trotzdem jetzt auch ein bisschen was zu tun es ist ja nicht so dass da gar nichts geht und beim dax sieht man zumindest mal fünf minuten chart für den heutigen nachmittag offensichtlich eher wohl die abwärts seite denn die letzte starke bewegung war abwärts die letzte schwache bewegung die ist ganz klar aufwärts gerichtet und dementsprechend die chance dass wenn wir hier die zwischentiefs hier durchstoßen das ist das tief was wir hatten um 15 uhr 40 beispielsweise dass dann der kurs weiter nach unten geht messen wir noch mal kurz durch ist die korrektur überhaupt groß genug dafür hätte ich es gerne in der nähe der 38 20 marke ja die hat er knapp erreicht also ein bisschen höher wäre noch schöner gewesen aber nicht immer kriegt man was man will da kann man durchaus sagen diese korrektur von da nach da ist ausreichend groß als antwort auf diesen rücksetzer das heißt das wäre durchaus ein mögliches short signal ein zumindest mal klassisches short signal das hat keine garantie auf richtigkeit aber wenn dieses doch recht klassische chartmuster jetzt hier in die richtung führt in dies zu erwarten ist dann wäre die bewegungsrichtung durchaus ausgedehnt also möglicherweise noch mal 100 punkte tiefer wundern würde es nicht oder mich zumindest mal nicht und wir hätten dann durchaus chance risiko verhältnisse die recht attraktiv aussehen also wenn diese marke getriggert ist das jetzt keine zwingende empfehlung bester trade die man sich vorstellen kann aber er erfüllt den grundgedanken der starken bewegung abwärts der verhältnismäßig korrektiven schwachen bewegung aufwärts das prinzip steigender tiefsteigender hoch ist mit bruch dieses zwischentiefs zumindest mal erst mal durchstoßen damit ist die aufwärtsbewegung an einem möglichen ende und wenn dann sich tatsächlich dieses klassische bild hier noch mal wiederholt ja dann hätten wir realistische chancen 16.780 in irgendeiner form zu sehen irgendwas da unten wäre mindestens mal nicht verwunderlich das ganze es ist aber denkbar dass der kurs vorher noch mal nach oben geht also in diese box noch rein läuft dann bleibt das prinzip das gleiche nur der unterschied ist dann nehmen wir mal an der kurs geht jetzt doch erst noch mal nach oben dann ist natürlich nicht hier der trigger das kriegen wir noch schöner hin also nicht hier an der stelle der trigger sondern dann ist es natürlich der entsprechend nächste und das wäre dann das zwischentief zum beispiel hier das prinzip bleibt das gleiche steigende tiefsteigende hoch ist wenn dieses wenn dieser mechanismus durchstoßen wird ist das ein zeichen für ende dieser gegenbewegung und dementsprechende aufnahme der abwärtsseite das ist ebenfalls denkbar deshalb lassen wir uns in so einer situation ganz gerne mal triggern um da vielleicht günstig rein zu kommen also für alle ganz kurzfristigen die jetzt auch zwischen den jahren was tun wollen bietet der dax zumindest mal gelegenheit da ein bisschen drauf zu gucken und vielleicht ein trade auszugestalten schauen wir mal wie es beim dow jones ist der hat jetzt nun endlich auch dieses umkehrsignal also dieses bearish engulfing muster negiert er hätte ja hier ein short trigger gehabt sozusagen das hätte viele naja viele weiß man nicht aber zumindest mal die charttechniker die auf dieses hilfsmittel zurückgreifen in die short seite gebracht das ist allerdings nun obsolet denn es wurde a nicht getriggert und b ist es auf der oberseite rausgenommen worden also damit ist das ding nice try tolle theorie aber eben wie gesagt die praxis nicht gezogen es ist ungefähr so wir haben ein fahrzeug in der garage aber wir fahren heute halt einfach mal nicht also da sehen wir das wurde nicht wahrgenommen das angebot das grundsätzliche prinzip der baldigen wende ist deshalb noch nicht zwingend vom tisch aber man erkennt sie im moment nicht also aktuell jetzt hier zu sagen mensch da unten müsste rein ja da hat sich nichts geändert man müsste theoretisch jetzt neu zeichnen statt dieses hoch jetzt das neue hoch ist aber kaum unterschied deshalb lasse ich das mal aber jetzt schon darauf vorzubereiten also sprich ein shorty reinzusetzen finde ich unattraktiv weil der kurs ja nun überhaupt gar nicht nach unten geht also insofern von der seite aus noch nicht wirklich aktivismus gefragt gibt es im intraday chart irgendwas was man machen muss da gefällt mir der dax auf der short seite besser da komme ich mit dem nicht so sehr klar da halte ich mich bei dem eher zurück und schaue mal was die kollegen machen das bild auf tagesebene ist natürlich überall das gleiche hier beim s&p da hat sich jetzt auch nicht wirklich was ergeben er ist auch beim s&p die abwärtsseite spannend ich mache das mal ein bisschen groß die abwärtsseite im wesentlichen hatte zugegeben stark noch im nachthandel irgendwie eine bewegung die doch mehrheitlich dynamisch nach unten gegangen ist also wenn man das so ganz grob mal diese pausen so zusammenfasst dann würde man sagen okay das sieht wohl eher fünffällig aus diese und diese gegenbewegung diese pausen sind nicht überschneiden das sieht an einer starken abwärtsseite aus diese aufwärtsseite hat viele überschneidungen allerdings ist sie sehr hoch gelaufen also wenn ich das mal messe vom höchsten punkt zum tiefsten punkt dann ist das für mich nicht mehr attraktiv weil er die killermarke so nennen wir sie für uns intern die 78 6er durchstoßen hat grundsätzlich würde ich sagen letzte zwischentief und die erwartungshaltung dass das was wir vorne haben da hinten nochmal passiert aber ihr seht schon auf den ersten blick das ist schon alleine deshalb nicht mehr so attraktiv weil je nachdem wo ihr euren stopp hier setzt da das chance risiko verhältnis also wenn ihr stopp sogar noch hier drüber setzt dann ist es ja noch ein schlechteres crv das ist nicht mehr so schön das heißt die idee ist die gleiche starke seite abwärts korrektive seite aufwärts gefällt mir super grundidee ist hervorragend aber das chance risiko verhältnis ist hier nicht gut genug das heißt das ist für mich keine handelbare situation obwohl ich die abwärtsidee in ordnung finde bei dem trigger aber etwas was ich persönlich jetzt hier nicht so attraktiv finde für eine umsetzung das ist sehr häufig so wenn die 78 6er erreicht wird deshalb nutzen wir diese marke wenn er darüber geht um dann zu sagen okay vergesst das mal also diese idee ist jetzt obsolet die brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr abwärtsidee also gegeben aber eben als grobe idee das könnte höchstens sich noch ein bisschen heilen wenn wir hier im kleineren bild vielleicht irgendwie sowas noch bekommen aber da müsst ihr jetzt selber mal darauf achten da ist das video nicht geeignet bis ihr das video sehen könnt ist die geschichte dann vielleicht auch schon wieder rum aber wenn ihr so ein szenario habt das gilt natürlich da trotz alledem das kann man dann trotzdem im hinterkopf behalten gucken wir nasstag an tagesebene das gleiche es gibt noch null anzeichen für den dreh dass die kerze jetzt hier so ein bisschen rot aussieht das sollte uns noch nicht stören denn diese tageskerze ist ja noch längst nicht rum wir haben ja erst gerade anderthalb stunden marktbeginn in amerika also insofern da ist noch eine menge was hier passieren kann bis wir hier wissen was das für eine tageskerze wird vielleicht wird es ja eine wendekerze da wird das vielleicht den ein oder anderen verleiten zumindest über short nachzudenken aber auch hier haben wir das short signal hier das in geifigen pattern das bärische ja nach oben durchstoßen also die marktteilnehmer haben im moment nicht viel druck short chancen ernsthaft wahrzunehmen und wenn ich mir das hier im intraday bereich angucke naja ebenfalls sehr gewagt eigentlich hätte ich hier vor ein paar minuten euch noch was tolles über den bullenmarkt sagen können denn dieses ding verleitet mich darauf zu hoffen dass wir eine a b c oder irgendwie anderweitige korrektur hier hinbekommen um dann hier long zu gehen so ein bisschen das pandor zu dieser starken abwärtsbewegung und dieser bewegung naja der war auch schon wieder zu hoch hier aber dass man sehen kann dass das hier die schwache seite ist dann wäre ich an der stelle long gegangen in freudiger erwartung dass wir das von vorne noch mal bekommen also zu dem zeitpunkt vorsichtig ihr seht das hier ich bin ein bisschen in der zeit zurück hätte ich auf genau sowas gewartet so ich weiß nicht ob dieses kommt dieser rücksetzer so und jetzt haben wir gesehen jetzt hat der markt das gemacht jetzt vergleichen wir mal das hätte ich gebraucht für meine long idee das hat der markt geliefert ist das annäherungsweise gleich oder würde man sagen ist ja nicht so wie du dir das vorgestellt hast richtig ist es nicht wie ich es mir vorgestellt habe das heißt der markt hat hier von sich aus meine long idee schon kaputt gemacht bevor ich überhaupt versehentlich long gegangen bin also insofern gab das für mich keinen einstieg gibt es im moment keine einstiegsmöglichkeit das kann trotzdem steigen aber das ist für mich handelsmäßig nicht umsetzbar und deshalb bin ich da doch sehr zurückhaltend also wir sehen so richtige richtungsklarheit scheint am markt nicht zu herrschen wir sehen auch wie harmlos der markt hier nach oben geht mengenmäßig klappt das aber mit den vielen also mengen weiß ich nicht aber von der von der höhe her wenn man sich das anguckt hat er ja immerhin wieder zweieinhalb prozent hier fast gut gemacht 2,3 prozent in etwa aber wir sehen auch dass das doch mit sehr viel pausen mit sehr viel gegenbewegung teilweise starken gegenbewegungen ist also so richtig der druck ist nicht da aber da sind wir wieder in der weihnachtszeit also oder in den zwischen den jahren wie man ja häufig sagt also nicht so richtig klares bild achtet wenn ihr handeln wollt ob ihr kleine teilsegmente erkennen könnt ob ihr sagt das ist jetzt für mich passend zum beispiel nach meinem ansatz den wir gerne verwenden aber vielleicht auch nach eurem ansatz ihr müsst es ja nicht genauso machen wie wir es tun aber lasst euch da nicht irgendwas vormachen fühlt euch nicht gezwungen zu handeln wenn der markt es nicht schön macht ist das häufig ein ganz gutes zeichen mal vorsichtshalber nichts zu tun in diesem sinne wünsche ich euch jetzt an dieser stelle jetzt erstmal alles gute wir werden uns morgen noch mal hören da gibt es dann wirklich den abschlussbericht an dieser stelle wie das ja dann tatsächlich ausklingt werden wir noch mal einen kurzen blick drauf werfen dann in der nächsten woche wird es vielleicht wieder ein bisschen spannender wir werden in der nächsten woche dann auch wieder anfangen intensiver nach neuen trades zu suchen das machen wir in dieser woche traditionell nicht in der nächsten woche werden wir auch wahrscheinlich noch keine trades eröffnen denn das bild wird möglicherweise erst langsam wieder volumen an zu legen aber ab dem achten januar spätestens wollen wir wieder voll mit dabei sein und gucken dass wir viele schöne trading situation dann auch zum umsetzen bringen bis dahin sind wir so ein bisschen mit angezogene handbremse drauf gucken gilt aber trotzdem das werden wir dann noch tun deshalb an dieser stelle jetzt erstmal alles gute und liebe grüße